Ja hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja und wir zwei sind zusammen im Schwarzwald unterwegs, genau im Wanderparadies Schwarzwald und Alp. Ja und heute sind wir nicht allein unterwegs, sondern haben die Familie noch mit dabei. Sprich meine Eltern und meine Tante, die Beate, ist wieder mit dabei. Ja und heute werden wir die Gauchach-Schlucht laufen. Genau, einen kleinen Genießerpfad, entspannte 5,5 Kilometer. Ja und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, dann kommt einfach mit und wir schauen uns gemeinsam an. Startpunkt unserer Tour war ein Wanderparkplatz in der Nähe von Mundelfingen, einem Örtchen im Süden von Deutschland. Der Weg führte uns zunächst gemächlich über Wiese und breite Wege Richtung Gauchach-Schlucht. Wenn auch der Weg von Beginn an nicht gleich Vollgas gab. Anne hinter der Kamera tat es. Da geht es jetzt rein. In unmittelbarer Nähe zur Schlucht ging es ein Stückchen in dieselbe hinab. Aber Moment mal, warum führt der Weg dort vorne durch Schlamm wieder bergan? Ah, tut er gar nicht. Links geht es zum Glück weiter. Unten angekommen ging es dann endlich richtig zur Sache. Zunächst einmal ging es durch Schlamm und da ich ich bin, ging es natürlich mitten hindurch. Das sollte aber nicht das letzte Hindernis gewesen sein. Ein kurzes Stück weiter versperrten ungestürzte Bäume den Weg. Und es sollten nicht die letzten gewesen sein. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ein absolutes Highlight des Weges, die vielen sehr schmalen und manchmal auch nassen Abschnitte. Die ein oder andere knifflige Stelle war auch zu überwinden. Der Steg hier beispielsweise hatte definitiv seine besten Tage schon hinter sich. Jetzt musst du Achtung, hierhin treten. So, stopp. Hierhin. Ja, jetzt ein paar Beschlüge und zwei Beschlüge. Mich wundert es, dass Sie das nicht gesperrt haben. Darf ich vorstellen? Der Endgegner von Tobis Mutter. Leider wurde die Aufnahme zensiert, aber sie hat es geschafft. Musik 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 Da wir zu Beginn des Weges in die Schlucht abgestiegen sind, durften wir jetzt auch wieder fröhlich bergauf wandern. Musik Musik Anne hatte wohl noch zu viel Energie. Und irgendwie schien das ansteckend zu sein. Musik Aber egal ob schnell oder langsam. Angekommen sind wir schlussendlich alle. Musik 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 Ja, da haben wir es geschafft. Die Gauchachschlucht ist ja gewandert. Ja, und keine Minute zu spät oder zu früh, weil es wird gerade nass. Genau, fängt jetzt gerade an zu regnen. Und ja, aber noch ein paar letzte Worte zum Weg. Hör an, wie fandst du ihn? Ja, der Weg, der war super. Also war ja sehr kurz. War ich erst ein bisschen kritisch. Aber der Weg führt super schön. Immer am, was kann man nicht sagen. Flüsslein, Bach, breiter, schmaler Fluss. Genau, also durch die Schlucht durch. So das erste kurze Stück Zuwägung zur Schlucht und das letzte Stück aus der Schlucht wieder raus. Ist halt breiter Weg. Aber der Rest ist komplett wirklich am Bachfluss, wie auch immer entlang. Press am Wasser lang, schmale Pfade. Ein bisschen schlammig heute. Ich habe unterwegs, ja gesagt, für deutsche Verhältnisse auch erstaunlich wenig gesichert, fand ich. Eigentlich fast gar nicht, ja. Also, dass man irgendwo ein Seil zum Fest gehalten hätte. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Es war schmal. Es war rutschig. Man musste über Stämme drüber. Also da unten war schon einiges. Es war einfach wunderschön. Genau. Also kann man auf jeden Fall machen. Trittsicherheit sollte man auf jeden Fall mitbringen. Schild steht vor der Stucht ja auch. Dass man da entsprechend geübt sein sollte. Das nicht unterschätzen. Eine kleine knifflige Stelle war mal, wo der eine Steg so ein bisschen weggebrochen war. Aber ansonsten, ja, wenn man da ein bisschen guckt, wo man hintritt, ist das alles sehr gut. Nachbar. Ja. Habt ihr auch gesehen mit meinen Eltern dabei und der Beate. Also wir sind eigentlich insgesamt sehr gut durchgekommen. Wir hatten alle unseren Spaß. Genau. Wir hatten alle unseren Spaß dabei. Und darauf kommt es ja letzten Endes an. Ja, mein Lieblingsthema noch mal ganz kurz. Markierungen. Ein, zwei mehr Markierungen hätte ich mir jetzt wieder gewünscht. So ein, zwei Abzweige, wo es nicht so ganz klar war, wo man lang muss. Aber nichtsdestotrotz groß verlaufen. In der Schlucht kann man sich... Wollte ich gerade sagen. Es geht ja hauptsächlich wirklich am Flusslauf entlang. Da kann man nicht viel falsch machen. Es ist sehr schmal. Genau. Ja. Also wenn ihr in der Gegend seid, das ist wirklich ein Tipp. Es macht super viel Spaß, da lang zu laufen. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, bevor es jetzt noch mehr regnet, war es das für heute von uns. Ja, beziehungsweise für uns geht es morgen dann noch mal weiter auf der Sauschwänzle-Tour. Nee, Sauschwänzle-Weg heißt das. Genau. Dürft ihr euch dann auch noch draufrauen. Gibt es auch nochmal ein Video dazu. Und ja, dann würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. So, wir stehen nun... Hier, da ist die Kamera. Nicht bei mir. Wie wär's mit einmal winken? Und dann hat er in die Richtung beachtet, die andere Richtung. Klingt gut, aber du hast doch gesagt, in die Richtung. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020